So, wie versprochen, machen wir hier weiter mit Nummer 2, Sequenz Nummer 2. Na komm her. Tut mir leid, tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid, ich schmeiß dich aus den Zug. Oh, ist aber fies, ey. Ey, du sollst da runter. Nein, wir wollen kein Messer schmeißen. Ich bin unterwegs, Sir David. Ist doch scheiße. Die Lokomotive abkuppeln, ja, das machen wir doch. Komm mal, ja hier. Oh. Traurig. Aber, aber. Äh, nicht getroffen? Äh. Boah, Alter. Boah. Na, wie sind die drauf, ey? Plündern. Und Entserung. Wett mit dir. Oh, ach ne, lass dich in den Arsch ihm liegen, ist doch egal. Und tap. Oh, die wollte ich noch plündern. Mann. Oh, komm her, du Sau. Oh, komm, wir lassen mal liegen. Scheiß drauf. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, geil, hier sind welche drin, ist ja geil. Ich hab damit kein Problem, ihr könnt da ruhig bleiben. Alles kein Stress. Oder alles kein Problem. Äh, du bist tot, Alter. Verpiss dich, Alter. Na ja, deine Kohle. Ja, ja. Oh, oh. Hallo. Sie hatten leider keine Fahrkarte. Mann, 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 die haben nur Schrott dabei. Geil. Und höp. Und höp. Und höp. Ah. Sehr geil. Abkuppeln. Das beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Pfff. Oh. Okay. Reha waren nicht... Auf die Gleisen, irgendwie. Haha. Bucky, Mr. Bucky. Wieder am Start. Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Pff. Ich denke mal dazu... Wir müssen einen Überblick verschaffen. Würde es... Wir müssen vorsichtig genug sein. Nicht kommen. Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier... Sechs. Na, warte mal. Lass die erstmal hier latschen, ne? So, den können wir schon mal umlegen. Ah, die Musik ist geil. Also, mit dem Messer schmeißen ist gar nicht mal so schlecht, ey. Okay. So, was ist mit dem Heini hier? Ich würde ja... Ich würde ja nicht mitzumillen. So. Blindern. Blindern. Aussichtspunkt erreichen. Ja, ja, ja. Immer ganz cool, ey. Kopfschuss. Ah, das war richtig knapp. Hätte ich schief gehen können. Oh. Oh, hier sind total viele. Hier, fang, Alter. Hahaha. Äh. Ich hoffe, die sehen mich nicht. Oh, scheiße. Oh, komm her. Dann kriegst du irgendein paar rein. Oh, du hast bestimmt ein Messer dabei, wa? Ne. Doch, da siehst du ein Wurfmesser, das ist ganz optimal. Rauchbombe. Ah, ja, die kennen wir ja irgendwo, ja. Blindern. Sehr schön. Könnten wir ja eigentlich schon mal hochklettern. So, wie war denn das jetzt hier? Ach. Na, geh doch mal da runter. Genau. So war das. Wunderbar. Ich brauche noch etwa zwei Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtungen gegenüber dem Orden erinnern? Mith Thorn. Reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David. Ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Hm. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Und da zieht der Mann einen Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Auf keineswegs. Seien Sie ein Assassiner. Ja, ja, ja. Verstecken. Adlerauge. Attentats. Ja, ja, ja. Ah. Mir alle sehr bekannt. Hm, was machst du denn nun? Ja, ja. Ja, ja. Die kennen wir ja. So ein Quatsch, Alter. Haltet Sie! Das schockelt ein bisschen. Ja. Angriff. Ups. Ups. So, dann legen wir die 3 da nach oben. Und dann machen wir mal einen ganz krassen Schnitt dann. Ah, sehr schön. Ah, Ablenkung. Oh. Ranier, Ranier. Sehr schön. Verdammt doch mal, du schuldest mir vom Fehl. Ah, komm. Wir müssen dich hier ein bisschen spannend machen. Wir müssen dich hier ein bisschen spannend machen. Ah, den da hinten juckt das ja auch nicht, der da steht. Haha. Ah, geil. Leert mal eure Taschen. Gegner mit hängenden Fässern töten. Zwei von fünf. Ach Gott, ey. Ohne so eine Nebenquest, ey. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier mal einen Schnitt und sind uns in der nächsten Runde wieder rot da rein. Ja. Ja. Ja.